Geduld oder schnell handeln Geduld, mein absolutes Lieblingswort. Ich will ehrlich sein, ich habe keine. Zumindest nicht in allen Bereichen meines Daseins. Aber sagen wir, das Leben versucht mir das mit dem Geduldigsein doch noch irgendwie mal beizubringen, denn immer und immer wieder kredenzt es mein Leben mit den verschiedensten Lernaufgaben, auf die ich, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, irre gern verzichtet hätte. Buddha soll da ja angeblich mal etwas ganz Wunderbares gesagt haben. Schau dir die Natur an, dann weißt du, wie das Leben funktioniert. Wenn ich also einen Samen in den Erdboten stecke, am nächsten Morgen wiederkomme und sauer bin, weil da kein drei Meter hoher Apfelbaum mit 300 Äpfeln steht, dann werde ich voraussichtlich keinen besonderen Spaß in diesem Leben haben. Und leider ist es so. In 99 von 100 Fällen wird das aber genau so passieren. Wie jetzt? Es gibt also eine höchst seltene Ausnahme? Oh ja, eine einzige gibt es, denn es kann sein, dass ich am nächsten Tag in meinen Garten komme und Simsalabim, da steht ein Apfelbaum mit Früchten dran. Aber wo ist der Haken? Ja genau, da muss nämlich tatsächlich einer sein. Ein nahestehender Freund oder ein irrer Stalker, der unsere Wünsche seit Wochen und Monaten heimlich studiert, muss mitten in der Nacht zum Hornbach oder zum Dehner gefahren sein, um einen Baum zu klauen und um ihn mitten in den Garten zu pflanzen, um euch damit zu überraschen. Denn so etwas wird niemals, nie und in tausend Jahren nicht und auch niemals so jemals ohne fremde Hilfe von allein passieren. Wenn etwas also nicht schon vorher vollständig da war, dann kann man also auch einfach nicht erwarten, dass es sofort von alleine auch einfach zu einem kommt. Man wird sich daher also kümmern und geduldig warten müssen auf den Samen, das aufgeht, und auch dafür gibt es keine Garantie. Das Umfeld muss stimmen, so würde ich Buddha wohl weiterdeuten. Wenn der Samen in vollkommen vertrockneter Erde im dunkelsten Eck des Gartens ausgesetzt wurde und er euch einen Scheiß interessiert, dann wird das junge Pflänzchen schon bald verkümmern. Pflanzt man den Samen dagegen an einem mineralstoffreichen Ort, an dem die Sonne in perfektem Maß die Erde wärmt und hetschelt und tätschelt man das Kleine und spricht am besten sogar noch damit und lässt ihm all seine Liebe zukommen. Dann wird man irgendwann beobachten können, wie am übernächsten oder überübernächsten Morgen ein kleines grünes Köpfchen neugierig aus der Erde guckt. Und wenn man sich nur gut genug darum kümmert und es ausreichend mit Wasser benetzt, dann wird daraus auch eines Tages ein Bäumchen werden. Ein glückliches Bäumchen. Die meisten haben nur keine Zeit und auch keinen Bock auf irgendwann wird daraus ein Bäumchen, denn viele kennen das ja, jetzt hat man schon fünf Jahre investiert in den Scheißbaum und trotzdem hängen nur drei Äpfel dran und die sind auch noch klein. Ja, und ehe man sich dann versieht, ist man sauer auf das Bäumchen, weil es einfach keine Leistung bringt. Da fällt mir ein Fakt von Coca-Cola ein. Angeblich hat das Unternehmen im ersten Jahr seines Daseins nur eine einzige Flasche verkauft. Aber irgendein Heini hat wohl trotzdem an den Erfolg geglaubt und einfach weitergemacht. Nun ja, schauen wir heute auf Coca-Cola, ist wohl ein durchaus rentables Bäumchen daraus geworden. Aber dafür braucht es eben Glauben an die Sache an sich und Durchhaltevermögen und Mut und einen starken Willen und Gelassenheit, wenn der Winter kommt und man an manchen Tagen vielleicht einfach gar nichts mehr hat, außer einen Traum, der sich gerade einfach nicht realisieren lassen will. Irgendwie muss man auch ein bisschen irre sein, wenn man etwas unbedingt haben will und feststellt, dass es Geduld dafür braucht, um es zu erreichen. Besonders, wenn man der Erste ist. Und man braucht wahre Freunde und Unterstützer, die an einen glauben, wenn man es selbst schon fast nicht mehr tut. Stephen King hat sein erstes, später überaus kommerziell erfolgreiches Buch Carrie zunächst in den Mülleimer geworfen. Er fand es einfach scheiße. Seine Geduld war am Ende. Er hielt auch selbst nicht wirklich was von seiner Schreiberei. Wer war er denn auch, dass sich das alles lohnen würde? Doch seine Frau hat den Text dann später von Abfällen nur so übersät, wieder aus dem Mülleimer rausgezogen, als sie ihn darin entdeckte. Völlig irritiert begann sie seine verschmierten Zeilen zu lesen und animierte ihn daraufhin dazu, das Buch unbedingt zu Ende zu schreiben und es an einen Verlag zu schicken. Tja, und die Nummer ging auf. 1973 landete der Roman beim Double Day Verlag und kurz darauf erwarb die New American Library die Taschenbuchrechte für die Rekordsomme von 400.000 Dollar. Kings dritter Apfelbaum-Roman The Shining wurde daraufhin ebenfalls ein Bestseller. Wie so viele weitere Bücher, die daraufhin noch folgen sollten. Nun ja, und wenn du dann im Kino sitzt und Jack Nicholson gerade die Hauptrolle in deiner Buchverfilmung spielt, ist es ein guter Zeitpunkt, der eigenen Frau die Hand aufs Bein zu legen und einfach mal dankbar zu sein. Danke, dass du im richtigen Moment da gewesen bist und mich gesehen hast, als es gerade sonst keiner tat. Nicht einmal ich selbst. Aber hier ist eben der Punkt. Die Sachen, die man dann manchmal vielleicht am liebsten wegwerfen würde, weil sie einen gerade nur noch nerven und nicht sonderlich glücklich machen, sind vielleicht auch genau die Dinge, die sich lohnen würden, würde man nur seinen eigenen Hintern hochbekommen und weiter daran arbeiten. Für manche Dinge im Leben braucht man eben einfach Geduld und manchmal aber auch einfach jemanden, der an einen glaubt. Es gibt nur einen Verlierer und das ist der, der wohl zu früh aufgibt und alles, was ihm jemals wichtig war, einfach in den Mülleimer wirft. Manchmal muss man aber auch direkt handeln, wie ich finde. Wenn ich Symptome an meinem Körper bemerke, die mir seltsam vorkommen und die sich auch nicht nach ein paar Tagen von alleine wiedergeben, sollte man halt nun mal zum Arzt gehen. Da kann Geduld leider die dümmste von allen Ideen sein. Das kann dir sogar das Leben kosten, wenn es blöd läuft. Oder wenn jemand mit dem Auto durch das Brückengeländer gekracht ist und droht im Fluss direkt unter uns zu ertrinken, dann ja klar, man könnte da jetzt auch erst mal geduldig abwarten, ob er das von alleine geregelt bekommt, aber überaus sinnvoll und einzig richtig ist es wohl eher, sofort Hilfe zu holen und denjenigen ohne weitere Umschweife zu retten. Oder wenn ein Mann seine Frau schlägt oder misshandelt, sei es körperlich oder emotional, da gilt es auch zu handeln. Man ist kein Mülleimer für kranke Seelen, die nicht wissen, was Liebe bedeutet und man ist auch nicht dafür verantwortlich, das dem anderen in Ruhe erst mal beizubringen. Da ist Abflug angesagt, sofort und ohne jegliche Option von Rückkehr. Niemand sollte unter einem anderen leiden müssen, das Leben ist viel zu kurz dafür, um es als Fußabtreter oder Randtherapeut für den eigenen Partner zu verbringen. Ich finde generell bei jeder Form von Unrecht gehört es sofort zu handeln. Wenn einer in einer Gruppe gemobbt wird, dann hat man für den Schwächeren einzustehen und ihn zu schützen. In einem Wolfsrudel laufen die Stärksten ganz vorne und ganz hinten. Alte und Schwache werden in die Mitte genommen, sie werden beschützt. Man muss sich nur die Natur anschauen. Und Geduld lohnt sich leider auch in der Liebe, auch wenn das viele ganz oft nicht hören wollen. Viele werfen etwas Großartiges weg, weil sie glauben, dass es irgendwo noch etwas Besseres gibt. Nach einigen Jahren Ehe und Kindern, Gewohnheit und Sicherheit stolpern viele über die fehlende Lust oder Romantik, die irgendwie zwischen den Jahren einfach irgendwie verloren ging, nicht wissend, wie man sich diese je wieder zurückholen könnte. Und dann steht sie natürlich auch gerne auf einmal plötzlich da, Ah, die hotte Büroangestellte aus der anderen Abteilung, der es heimlich gar nicht anders geht wie euch, die vom eigenen Ehemann auch schon lange nicht mehr gesehen wird, sich für euch aber bereitwillig im knappen Spitzenhöschen aufs Hotelbettchen drapiert. Und wer kann da schon Nein sagen, wenn das Filetstück so warm und einladend auch noch freiwillig auf dem Bettteller vor einem liegt, fragen sich da viele, die gar nicht so recht wissen, wie sie an den Zimmerschlüssel oder die imposante Gelegenheit denn so mir nichts überhaupt gekommen sind. Und die Illusion der perfekten Liebe, der unerreichbar großen Liebe ist so wunderschön und neu, so perfekt und animalisch und endlich fliegen die langvermissten Gefühle wieder in einem empor. Ja, und da soll dann am besten gleich wieder damit Schluss sein? Da soll man dann nach Hause fahren und den Müll rausbringen und sich auch noch einen blöden Spruch abholen, warum man die Säge nicht endlich mal ins Gartenhaus geräumt hat oder die eigene Unterhose mal in den Wäschekorb geworfen hat? Oder da soll man dann als Frau also wieder heimfahren in ein liebloses Zuhause, in dem der eigene Ehemann nach Jahren offenbar vergessen hat, dass sie einmal die Frau war, die er unbedingt haben wollte, heute aber nur im Feindrippe auf der Couch liegt und von Liebes, Sex und Zärtlichkeit einfach nichts mehr wissen will? Im Hintergrund bei beiden Familien nur Kindergeschrei und die nervtöten quakende Schwiegermutter, die einem mit einem einzigen missbilligen Blick sofort entlarvt hat und euch ja ohnehin noch nie sonderlich gut leiden konnte, weil sie ja schon immer wusste, was für ein Schuft ihr seid. Zwischenfrage, die weibliche Form von Schuft. Egal, Frauen, Männer, alle gleich. Wie viele Frauen und Männer werfen sich also in stürmische Affären und halten diese dann für das Non plus Ultra? Klar, der andere gibt sich ja auch so makellos, er oder sie riecht halt auch immer so unnachahmlich gut, trägt einen auf Händen, führt einen zum Essen aus, schenkt einem Blumen und gibt einem das Gefühl, wunderschön begehrnswert und wunderbar zu sein und überhaupt, er oder sie benimmt sich einfach auch wie ein Ritter oder die Angebetete wie ein echtes Burgfräulein. Aber oft, leider zu oft, stellt sich am Ende halt dann doch nur heraus, dass das Ganze ein Schuss in den Ofen war und der Ritter nur ein Schlappschwanz mit sage und schreibe einer einzigen Kokosnuss, obwohl er doch zu Anfangs behauptet hatte, er hätte so unendlich viele davon. Ja, viel Nuss vielleicht, aber innen dann halt leider doch irgendwie komplett hohl, viel Saft, aber leider Flasche leer. Und das ach so bezaubernde Burgfräulein wohnt in Wahrheit gar nicht in einem Schloss, sondern ist eigentlich extrem abgebrannt und hat einen Schuldenberg von 150.000 Euro an der Backe, was sie euch beim nächsten Dinner, nachdem die Scheidung von der Ex-Frau dann endlich durch ist, dann auch mal ganz galant und nebenbei durch die Blume zuflüstert. Ja, so ist das. Viele bemerken ihren Schwachsinn leider auch erst dann, wenn sie alles kaputt gemacht haben, ihre Ehe, die Beziehung zu den Kindern, ihr Leben, einfach alles. Es ist ja auch einfach, sich zu verlieben, noch einfacher, jemanden auf ein Podest zu stellen, mit dem man noch keinen einzigen Tag zusammengelebt hat und ich glaube, recht viele Menschen neigen dazu, das alles ganz oft leider zu verwechseln und schnallen vielleicht oft auch gar nicht, welche Verantwortung sie in Wahrheit tragen und wen sie alles mit in ihre Scheiße reiten, die sich anfangs noch nach der Erfüllung aller Träume angefühlt hat. Und so wird aus Abwarten und erst mal Geduld haben und sich alles in Ruhe ansehen, ganz oft auch gern mal nach ein paar Wochen schon, ein ganz schnelles Handeln und dann wohnt man plötzlich mit dem neuen, ach so gehypten Partner zusammen und stellt fest, ach du Scheiße, der räumt seine Säge ja auch nicht ins Gartenhaus und seine Unterwäsche flackt auch einfach überall auf dem Boden herum. Außerdem schnarcht er die ganze Zeit und stinkt auch noch aus dem Mund wie ein Jack. Oder, oh shit, jetzt wo wir zusammen sind, räkelt sie sich gar nicht mehr in Spitzenwäsche auf dem Hotelbett herum und wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, ist sie übertrieben oft auch noch genervt und so gar nicht mehr so super charmant wie damals im Hotel. Außerdem könnte sie ruhig auch mal meine Hemden bügeln und seit wann grutzt sie so seltsam, wenn sie lacht? Ist mir früher gar nicht aufgefallen. Irgendwie gefiel mir das Lachen meiner Ex-Frau, doch irgendwie um Längen besser und mit meinen Kindern scheint sich die Neue halt auch irgendwie gar nicht zu verstehen. Irgendwie ist die Neue doch auch nur ein Mensch mit hunderttausend Makeln und jetzt, wo ich sie hab, fällt mir auf, dass ich, wenn ich ehrlich bin, darauf ja irgendwie gar keine Lust habe. Ach, es ist aber auch einfach scheiße. Nachbars Garten lockt so schön, aber wehe, die Fassade bröckelt und dahinter wartet nur ein albtraumhafter Abgrund. Ich will zurück zu meiner Frau, meinem Mann, zurück in mein Leben, das so unperfekt wie es war, in jedem Fall doch besser war als die Pfeife, mit der ich mich hier eingelassen habe. Ach, Scheiße, da war ja noch was. Zu meinem Ex oder meiner Ex war ich ja so dermaßen blöd und lieblos. Die oder der wird mich im Leben nicht mehr zurücknehmen. Meine eigenen Kinder haben mich mittlerweile auch zum Arschloch erkoren und das zu Recht, schließlich war ich es, der Mami oder Papi im Stich gelassen hat. Ich Versager, ich Versagerin. Forrest Gump. Die Affäre, äh, das Leben ist halt auch einfach eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man kriegt. Aber ich will das alles gar nicht so schwarzmalen im Grunde. Ich kann viele wirklich auch gut in ihrer gefühlten Ausweglosigkeit verstehen. Kinder haben, im Job ordentlich Leistung bringen, Verwandte, Freunde und alles unter einen Hut bringen. Das Ganze drumherum, ein ewiger Kampf und so unendlich viel Verantwortung, die mit den Jahren noch immer mehr und größer zu werden scheint. Alles ist von vorne nach hinten nur noch durchgeplant. Wo man sich jetzt gerne einfach nur mit dem besten Freund in der Kneipe ins Koma saufen würde, wartet zu Hause halt jetzt minutiös der Hausdrachen mit den gefühlten 95 Kindern auf dem Arm und faucht ja auch jederzeit sofort los, nur weil man auf dem Heimweg um vier Uhr morgens etwas schnörkeliger als sonst zurückgetorkelt ist und der Sandmann halt mit euch statt den Kindern nach Nimmerland geflogen ist. Für sich selbst hat man ja auch einfach schon lange keine Zeit mehr und ja, auch keine Zeit, sich mal wieder anständig um die Beziehung zu kümmern, die wie ein Bäumchen nun mal gepflegt werden will, um nicht einzugehen, weil halt auch dauernd was anderes ist. Und einfach weglaufen ist halt auch nicht, weil man jetzt erwachsen ist und kein Arschloch, das alle im Stich lässt, wenn es mal hart wird. Und ja, mit der Affäre oder der plötzlich getroffenen vermeintlich wahren großen Liebe, da glaubt man dann kurzfristig, super, neues Leben, kein Stress, nur Liebe, Sex und Zärtlichkeit, die ganze Verantwortung einfach weg damit, keine Kinder mehr, endlich Freiheit, endlich mal etwas für mich alleine machen, lebendig fühlen. Da ist endlich mal jemand, der mich wieder sieht und mich auch noch toll findet und nicht den ganzen Tag an mir herummeckert. Aber nee, so einfach ist es halt nicht. Und ich muss jedem davon abraten, schnell mal zu handeln in solchen Situationen. Die eigenen Makel und die des anderen, denn wir haben alle welche, fliegen früher oder später immer auf. Der Realismus wird schon dafür sorgen, daher mach das mal lieber so, wie mit dem Bäumchen auf dem eigenen Grundstück. Wenn der krank ist oder ein paar Jahre kaum Früchte getragen hat, dann buddelt ihr ihn ja auch nicht einfach aus und werft ihn in den Müll. Nein, dann schaut man sich das Problem an. Woran krankt es denn? Wie kann ich es heilen? Was fehlt? Und was kann ich tun, damit es wieder besser wird? Wie können beide daran arbeiten, dass es wieder besser wird? Wieder anders, wieder lebenswert. Hegen und pflegen, das was man hat und worauf man sich verlassen kann und mit ein bisschen mehr Einsatz und Pflege wartet dann als Belohnung ein weiterer, sogar noch schönerer Frühling. Laut der Gartenumschau. Fakt ist aber auch, alles, was sich so neu und glänzend und berauschend und rettungslos grandios anfühlt, wird seinen Schein früher oder später verlieren und dann ist man wieder an der gleichen Stelle angelangt. Das Feuer des Anfangs brennt nicht für immer lichterloh. Egal mit wem. Und dann steht man mit seiner Gartenschere halt wieder vor einem jungen Apfelbaum und muss ihn pflegen, damit er Früchte trägt. Nur ein Vollidiot fährt jetzt mit dem Rasenmäher darüber. Aber auch von denen, lasst es euch gesagt sein, gibt es eine ganze Menge. Man glaubt ja nicht, auf wen man alles glaubt, sich verlassen zu können in seinem Liebeswahn. Und dann ist man verlassen, wenn es darauf ankommt. Jedenfalls es ist halt einfach nun mal so. Nichts wächst und gedeiht einfach so. Es braucht alles Zeit, Geduld und viel Pflege, damit daraus etwas Unerschütterliches werden kann. Nur Unkraut, das keiner haben will, wächst bekanntlich von allein. Aber vielleicht müssen wir ja auch nur mal genauer hinschauen. vielleicht sind ja auch wir das Unkraut an dem eigentlich recht gut gewachsenen Apfelbäumchen. Vielleicht sollten wir zunächst also erst mal an uns selbst herumzupfen, damit mit Ruhe und Geduld endlich wieder alles besser werden kann. Also holt die Gartenschere raus. Es wird Zeit zu handeln. Du bist zu handeln. Du bist zu handeln. Du bist zu handeln. Du bist